ja hallo youtube heute ist der tag der tage heute habe ich was bekommen hier also ein komplettes paket von amazon und das paket habe ich bekommen von ich habe das jetzt natürlich schon einmal aufgemacht viel verpackungsmaterial und bekommen habe ich das hier gibt das anschreiben bei der von torsten hallo torsten ja er schreibt muss von torsten viel spaß beim bohren von torsten die deutsche eiche ja was ist es es leute ja schon darauf hin ja guck mal hier hammer oder es ist ein handbohrer ein handbohrer ein handbohrer ja dann müssen wir mal gucken ein handbohrer kommt ein bisschen klein vor dieses paket ist ja kaum größer als irgendwie eine schachtel zigaretten aber es steht drauf doppel pinion hand drill 290 millimeter also 29 zentimeter und tata da ist ein handbohrer ist das ist das erste paket was in meinem leben bekommen wo ich überhaupt nicht darauf vorbereitet war das ist ja die weihnachten in der kindheit und ich habe ja gesagt ich möchte meine ganze werkstatt cordless machen also tatsächlich ohne strom und das ist genau das was man so aus der kindheit noch kennt aus der schule vielleicht viele haben zum werkunterricht gehabt ich selber hatte ja damals kein werkunterricht darum muss ich mir das ja heute beibringen ich hatte ja sowas wie warum dreht er durch ach so weil wahrscheinlich im griff nicht richtig fest ist hier sag ich doch naja gut werde ich einfach neu kleben kommt epoxid rein und dann wird das neue geklebt das soll ja der schaden nicht sein ja und das ist ein bohrer so wie er sein soll ne ja also torsten ich danke dir und da werde ich jetzt fällt hier hinter der kamera natürlich also um damit werde ich die natürlich schönen rente schicken da habe ich beim letzten mal gesagt das ist der bosch ps nein er hieß bosch psr 18 li 2 also lithium ion noch ist er voll macht aber nichts zum bohren werde ich jetzt ab sofort und per jetzt tatsächlich den kleinen nutzen mal gucken ob das funktioniert wie ich mir das denke hinten einmal aufgeschraubt bohrer hinein wieder zu machen ist jetzt nun natürlich mit der hand festgemacht so man kann ja hier festhalten hier das ding festhalten und dann kann man hier anziehen ja klar man erinnert sich ja und dann kann man damit das funktioniert ja es ist jetzt natürlich mit dem bohrer ist kein holzbohrer hätte ich mich vielleicht darauf vorbereiten müssen und man holzbohrer aussuchen müssen moment da haben wir ja unsere tolle kiste nehmen wir uns mal hier so ein bisschen natürlich wieder auch eine baumarkt kiste und der bohrer ich weiß nicht ob man so sieht da ist nicht mehr so ganz wirklich scharf aber das soll uns ja im augenblick nicht stören ich will ja die erste test bohrung machen so und dann wollen wir mal jetzt die test bohrung mit dem handbohrer ja funktioniert ist natürlich hart holz hier wo ich rein holen ist nicht so einfach nicht so simpel und wenn der griff hier oben halten würde dann wäre das vielleicht auch noch eine runde lockerer einfacher ja ich werde jetzt den handgriff erst einmal geben und dann werden wir sehen und ihn dann mal in gebrauch nehmen sobald ich hier meine meine klemmen habe weil ihr wisst ja ich habe es beim letzten mal schon angeht droht 9 ausgedrückt die einzige klemme die ich hatte die ist jetzt leider kaputt das war ein schönes ding aber ja baumarkt hat das ist so die ware die dem benutzer denn verkauft wird für einmal benutzen wird mal gucken bei ebay vielleicht noch mal so ein paket rausholen für irgendwie ein paar klemmen fünf euro oder so vielleicht kriegen wir da etwas was ja ähnlich lange hält man leute ich kann zu fuß bohren ja super jetzt klebe ich die noch ein dann hat die liebe selle hoch und dann hoffe ich dass das alles so klappt wie ich mir das denke wir sehen uns im nächsten video diesmal nur kurz